Gar nicht alles von Wesley bauen, das sind alles Gerüchte. Stimmt gar nicht. Soll ich die Eisen holen und Kupfer? Ja, ne? Eisen hab ich, Kupfer. Ein halbes Band reicht, ne? Ja, ja. Batterien brauchen wir ja nur für die lila Fläschchen. Ne, warte mal. Ist ja Quatsch. Äh. Nur für die gelben. Ja. So, warte mal. Das haben wir jetzt, dann könnten wir das nochmal machen. Dann. Hier. Das hier. Hier. Das, das, das. Das. Und dann das. Ähm. Ja, bitte. Hier sind jetzt rote Kisten schon mal passiv, äh, passiv Anbieterkisten, ne? Ja. Kannst du hier schon mal vielleicht welche nehmen und verteilen? Okay. Geht klar. Überall, überall hier ne Maul, alles was wir so puffern gerade. Ach, da ist eigentlich der Strom. Ach, ist alles safe. Lampen. Mit Hand gecraftet? Ja. Wo sind rote Kisten? Ach, da. Okay. Ach, ja. Ach, ja. Boah, haben wir jetzt Rubis? Gleich. Mal ein bisschen was abkassieren hier. Okay. Hey. Okay. Das haben wir noch nicht? Was? Haltungsnetz? Nein. Wo ist denn das? Logistiknetz? Haltungsnetz? Achso, da. Warte. Braucht man Logistik eigentlich, Robys? Ja, ist schon besser. Wofür? Logistik, Robys? Braut man nicht. Wie willst du hier die Sachen hin und her transportieren? Wissen wir ja keine. Weil? Anforderungskisten hast du eh erst viel später, erst am gelben Fläschchen. Ich hätte aber gerne mein Logistikinventar zum Anfordern. Brauchst du ja nicht, du kannst ja alles so bauen lassen. Ich will auch mit der Hand bauen. Da muss ich ja überall, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier oben, äh, naja. Das stört dich jetzt, wa? Das triggert mich so ein bisschen. Ich weiß. Das ist Protestbäucherzüge. Mann, ich bin, mein Inventar ist so voll. So, warte. Wo müssen wir denn jetzt hier? Machen wir erst mal den Kram hier fertig. Äh, dann... Machen wir das hier. Oh, nee. Hier wollen wir hin. Das heißt, wir brauchen... Das hier... Das hier... Das hier... Da werden wir dann eh noch keine gelben, ne? Hier weitermachen. Das hier... Ah, das ist ja erst mal genug. Hier, Roboter-Hanker, uuuuuh. Äh? Was denn? Ich dachte, Roboter-Hanker brauchen... Batterie. Wo ist er? Nicht? Nein. Wer war das denn? Hey! Hä? Was warst du da? Verzeihung. Mhm. Tut mir leid. Bitte verzeih mir. So. Gott. Ja, gut. Ah, gut. Äh, ja gut. Gut. Oh, Robi sind am Start, das ist schon mal gut. Gut. Anfordern kannst du ja auch für dich persönlich, ja. Gut. Gut. So, jetzt brauchen wir halt die Hangare, ne? Die Hangare. So, können wir die Hangare überall auch automatisch bauen lassen. Das ist das geilste. Setz da irgendwie einfach hin. Sag's dir, Luba, bei sowas muss STRG-C und STRG-V oder STRG-X dein bester Freund werden. Echt? Ja. Freude dich schon mal damit an. Siehst du, da fliegt schon mal der erste Robi. Ich baue ja auch hier gerade. Okay. Boah. Was denn? Eigentlich müssten wir die blaue Flächenproduktion pimpen, ne? Eigentlich kann die bei der Größe immer darauf bleiben. Ja, aber guck mal, wie lahm wir forschen damit. Tee. Das ist der Emsland Schreib. Die blaue Fläche kacken voll ab. Das ist äh... Stand der Dinge momentan. So, ich stelle auf 400 Robis ein, das müsste reichen eigentlich. Mehr brauchen wir nicht, weil die Fress, das ist teuer, die Dinge zu bauen eigentlich. Deswegen lassen wir die erstmal. Weil wir brauchen ja diese Robotergestelle für die gelben später noch. Ja. Ja. Dafür ist... Habe ich die auch schon mal so groß gebaut. Damit wir die später dafür auch noch nutzen können. Pimp mal den Spaß hier, ne? Pimpen. So, jetzt kommt Wissenschaftspaket gelb gleich nach Leichtbau. Und dann könnten wir eigentlich schon mal die gelbe Produktion aufbauen, oder? Ja. Hast du da ne Blaupause, oder willst du wieder so bauen? Kann ich auch so bauen. Müssen wir Radare verteilen. Warum? So. Der Strom wird abkacken. Braut ihr keine Logistikrobote? Besschen möchtet ihr nicht. Brauchen wir nicht. Wäre sinnvoll erstmal blau doppelt auszubauen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das so nötig ist. Ich weiß halt nicht, ob das so nötig ist. Habt ihr euch schon mal Crustorio 2 angeschaut? Ja, habe ich schon gespielt. Und? Bitte. Joa. Hat Spaß gemacht. Ja. Nicht schlecht. Eigentlich müsste ich ja nicht. Aber Hochöfen sind automatisiert. Eigentlich müsste ich ja nicht. Aber Hochöfen sind automatisiert. Ja. Ja. Geht schon ab hier, der Mann, ne? Pimpt das jetzt. Können wir die erste Schmerze schonmal pimpen? Ne, das... Eisen jetzt kackt die ab. Ich brauche noch nix. Ich brauche noch nix. Pimpen. Das kann ja auch pinpen. Quatsch. Guck mal... können nicht jetzt Rubies alles bauen? Die Robys müssten jetzt alles bauen können, was du setzt. Sofern wir es auch in der Anbieterkiste haben. Ja, ein Großteil vielleicht schon. Ja, ein Großteil. Oh, ein Raid. Warum hieß ja nochmal Dr. Xargen? War das richtig? Raid, 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 Raid. Danke für den Raid und herzlich willkommen. Ich habe mir das Modpack von Neil ausgeladen. Das macht richtig Spaß. Okay. Okay. So, jetzt sollten doch blaue Fläschchen deutlich besser laufen. Vielleicht können wir hier tatsächlich einfach noch einen dran erbauen. Ah, kein, ich übertreibe. Nicht gleich übertreiben. So, das dauert natürlich bei dem Puffer, bis das alles vorne angekommen ist. Blau muss mehr her. Er forscht schon gelbe Fläschchen. Ja, was erst mal lila macht. Oh, du wolltest gelb zuerst. Oh, eigentlich Rille, oder? Hauptsache, kommt überhaupt irgendwas. Was geht jetzt los? Was? Wir müssen das doch auch packen hier, oder? Was ist das für eine Level-Mod in deinem Let's Play? Das ist, ähm, RPG-sist. Ne, Quatsch. Die Level-Mod, das ist, äh, von Dyrald selber. Da ist bei Dyrald mit drinnen. Aber die andere Level-Mod, das ist RPG-System. Boah, schon rennt der Rubel hier wieder. Mahlzeit-Packman. Hallo, Dr. Xhaden. War das richtig ausgesprochen? Dr. Xhaden. Ich habe 20 Stunden an einem Lipp gebaut. Boah, was? Mit einem Stück? Ja, perfekt. So, das ist das hier. So, und jetzt haben wir gleich Leichtbauteile fertig. Da könnten wir eigentlich auch schon mal eine fette Produktion von bauen, oder? Wenn du willst. Ja, da mache ich mich mal dran. Machen Sie das mal. Machen Sie das mal. Ich könnte so schön anfordern jetzt. So schön. Aber nö. Der Wesley möchte nicht. So, warte mal. Jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall erstmal Kunststoff noch. Kunststoff. Können wir hier noch irgendwie durchlegen. Nein, hoch auf die Spaghetti-Base. So, wo bauen wir das denn hin? Irgendwo hier so hin. Super, und selbst? Jetzt werden wir einfach umfangen. Stahl und Stahl. Boah, jetzt erst mal rotes Zeug hier. Oh, Stein. Reicht das mal? Keine Erzweiter, verdammt. Was? Ach, ich habe die Nacht durchgesuchtet. 19 Stunden, war mal. Emsland, wenn ich einen Puff habe. Achso, ja. War du nachts angefangen? Weiß, weiß. Was? Red nicht zu dir. Achso. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Jetzt bin ich voll mit Müll. Und nun? Bin ich wieder leer. Replace, sei gegrüßt. Blau bitte, Kalli. Genau. Es ist auch eigentlich wichtig, dass die schnell hier durchgehen, ne? Boah, krass. Krass. So, das ist auf jeden Fall wichtig hier. Boah, könnte dieses Steinfeld für die lila Fläschchen reichen? Ähm, ja. Auf jeden Fall. Mit 1,3 Millionen. Warum nicht? Obwohl, hier passen viele Erzweiter ran. Ja, das reicht. Kannst du auch erst noch ein bisschen Landfill bauen. Dann kannst du noch ein paar mehr dran quetschen. Ja, da dachte ich, da war doch noch. Ich habe jetzt auf jeden Fall die wichtigen Sachen schon mal auf rot geupgradet. Dann sind wir da schon mal safe. Nicht, dass uns das irgendwann abkackt. Warte, theoretisch, ne? Also jetzt mal rein... Rein hypothetisch. So machen. Einmal wenden. Wird es gebaut werden. Was? Haben jetzt 13 Sekunden... Raketensikronen alle 20 Sekunden. Und wie lange hält das? Wie viele Raketen alle 20 Sekunden? 13. 13 Raketen alle 20 Sekunden. Ja. Kann man auf jeden Fall mal machen. Wenn ich platziere. Wer hat wenig Platz? Ich habe wenig Platz. Endlich. Ich hasse die lila Fläschchen. Dass ich so viel Schieben brauche, ey. Das ist so eklig. Ja, das stimmt. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Achso, ihr habt ein Modpack. Ich habe einen Modpack. So. Achso, das ist doch gleich fertig hier, ne? Jo, Pac-Man. Das ist reines Vanilla. Ähm. Willst du unserer Randgruppe Wurstmütze gegen Sonnenbrand beitreten? Was soll das für eine Randgruppe sein? Replace. Was ist da los? Oh. Jetzt ist der Moment, wo es Kupfer abkackt hier. Wurstmütze gegen Sonnenbrand. Wahnsinn. Kein Wunder, dass ihr eine Randgruppe seid. Wurstmütze gegen Sonnenbrand. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020